und damit hallo und herzlich willkommen zurück muss es ein bisschen für ordnung sie sind ja alle kreuz und quer verteilt beziehungsweise stehen sie mehr oder weniger ineinander das ist nervt das ist ja auch interessant ja schon wahnsinn wie die sich hier postieren wir haben auf jeden fall alle kein level ab parken wir drückwärts ein was soll's so ihr beiden könnt so bleiben das ist in ordnung von mir aus man freut sich wohl trampel ruhig alles platt ist vollkommen in ordnung wir können das alle nachvollziehen ganze gammelfleisch hier ich nehme erstmal alles mit was nicht dahin gehören sollte also in form von leder faser und so weiter und so fort wahnsinn wie viel das ist die ganzen narkobären und alles hier alleine das ist wahnsinn damit können wir gleich unsere ganzen viecher versorgen die werden mega glücklich sein immer noch was so lange waren wir jetzt auch nicht unterwegs aber durch diese ganzen riesen dinosaurier die wir platt gemacht haben haben wir unheimlich viel zeugs gekriegt ok das ist schon mal eine ecke die wir da jetzt haben ja 74 wo war was so viel 530 wow es ist hammer ähm ok was haben wir da das geht noch nicht ok es kommt dann erst noch so was haben wir denn hier chemielabor tisch hört sich eigentlich ganz gut an so das ist auch so das ladungslampen sind sie auch gerne Lebend und Schaden verursacht. Das hört sich gut an. So, was haben wir hier noch? Automatisches Geschütz könnten wir gebrauchen. Das wäre noch ganz wichtig. Hier noch irgendwas. Ah, den zum Beispiel. Hier ist nichts dabei, was ich haben will. So, und das hier? Ja, auf jeden Fall. Hm, hier vielleicht noch irgendwas? Ne, eigentlich nicht, ne? Na gut, einen Tisch haben wir ja. Hatte ich jetzt die Beete schon? Muss ich gar nicht. Mal kurz gucken. Mittelgroßes Beet, doch da ist es. Ja, ich denke, das ist soweit in Ordnung. Dann lassen wir die Punkte da erstmal übrig. Es ist schon wieder Nacht. Voll kacke. Oh, ich nehme mir die ganzen Bären mit. Ich gebe die jetzt mal in die Dinos weiter. Oh, das ist ein Level-Up. Sehr schön. Ja, du hast genug, wenn ich das sehe. Bei dir? Ah, du kannst ein bisschen was vertragen. Aber nicht so. So, was haben wir denn da noch? Da sind einige Bären, ne? Der Parasaurus kann auch auf jeden Fall was vertragen, wie ich das sehe. Und ihr beiden? Achso, das ist auch ein Level-Up. Sehr schön. So, restlichen Bären noch mitnehmen. Also zumindest, das heißt nicht alle. Ein Teil davon. Vielleicht möchte ich das Bärchen ja auch mal ab und zu eine Bäre naschen. Ja, der braucht auf jeden Fall was. Viel besser. Yippie! Oh, du hast gar kein Fleisch. Warte, ich hole welches. Ist ja nicht so, dass unser Bärchen nichts gemacht. Fleisch hätte. Ja, wir haben eigentlich nur zwei Fleischfresser, ne? Wie weit ist er denn hier mit dem ganzen... Okay. Wird es schon wieder hell? Das ging dann jetzt aber wirklich flott. Wow. Beeindruckt ich bin. Ich glaube, ich hatte irgendwo noch... ...was gesehen. Karpels, okay. ...wird noch mehr von dem Zeugs... ...noch mehr Narkosemittel herstellen. Yay. Wow. Es ist echt heftig, wie viel das denn ist. Ich denke, wir werden lange Zeit... ...keine Narkosemittel mehr brauchen. Hm, das macht den Eindruck, ne? Ach, das ist jetzt schon voll. Na, super. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeugs? Noch einen weiteren Schrank bauen, ne? Hm. Mist. Räuchte die da irgendwas, wo ich das zwischenlagern kann? Brauchen die denn sowas? Fasern auf jeden Fall. Oh, was war das denn? Oh, ein Ravager. Okay. Wie kann das denn sein? Puh, seltsam. Na gut, nehmen wir das jetzt einfach so hin. Tja, wollen wir beim nächsten Mal weiter machen. In dem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zogger.